So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist soweit, der Bidiza-Tag hat begonnen. Ab 10 Uhr, Bidiza, überall in der Wildnis. Ich will euch dazu mal hier ein kleines Bild zeigen von unserer Pokémon-Gruppe und unserer Map. So sieht es bei uns auf der Map aus, überall Bidiza, guckt euch das an. Ist das nicht herrlich, wenn das nichts Feines ist, macht euch ein Kreuz in den Kalender oder geht im Strahlkotzen, sucht es euch aus. Und Bidiza nicht nur überall Wild, Bidiza auch mit einer Spezialforschung, wo ihr am Ende einen Bidiza-Hut bekommt. Bidiza auch in den Raids, und zwar in den 1er Raids, in den 3er Raids und in den 4er, ach 4er, in den 5er Raids. Legendäre Bidiza Raids. Da habe ich im Internet gelesen, ihr braucht zum Beispiel 2 Mann, um den zu besiegen. Bei dem anderen ist es egal, ihr könnt den 1er alleine schaffen, ihr könnt den 3er alleine schaffen, aber den 5er müsst ihr mit mindestens 2 Mann machen. Am besten Kampf-Pokémon nehmen, sonst was. Das dauert hier noch 3 Minuten, bis der aufgeht. Den wollen wir jetzt mal mitmachen. Wir haben natürlich wieder einen Community-Post gemacht. Ich stelle euch mal hier auf den vollgekotzten Eimer. Eigentlich wollte ich da die Handys hinlegen, aber der ist schon wieder vollgekotzt, also habe ich die Handys woanders hingelegt. Ich möchte nämlich mal ganz kurz gucken, wer sich eingetragen hat, wer bei diesem krassen Pokémon dabei ist. Viele haben sich nicht eingetragen, die haben Schiss, glaube ich. Ist ja nicht so, dass Bidiza komplett sinnlos ist und einfach nur ein Meme. Es ist so, Bidiza ist einfach das härteste, das schlimmste, das brutalste, was je da war. Viele Leute haben deswegen Schiss, trauen sich gar nicht daran, weil sie denken, wir schaffen den eh nicht, der Raid-Pass ist umsonst. Toll, Handy kaputt. Wir gucken in den Community-Tab, wer sich eingetragen hat, gehen auf Neueste zuerst und sehen hier ein paar begeisterte Leute wie Mazofix. Grüße gehen raus an Mazofix, Genaya, Kurvidiva. Die drei haben sich eingetragen. Platz 4 geht an K-Joker. Der war in der Hibu-Gruppe, da habe ich gesagt, okay, ich schreibe dich da mal mit hin. Fabian Schmidt hat sich eingetragen. Der Aluhut hat sich eingetragen. Die Nadine hat sich eingetragen. Der Skopst hat sich auch eingetragen. Jetzt noch drehen das Sir Abz. Den muss ich noch etten, beziehungsweise gucken, dass ich den auf einem Account drauf habe, glaube ich aber. Ansonsten geht es in zwei Minuten los. Ich muss noch fix was fangen zum Übergang. Und dann nehme ich euch mit rüber in die Action. Denn hier habe ich extra für die nasse Bank noch meinen Schneeschutz. Wer ist das Ding? Die Frontscheibenabdeckung mitgenommen, damit ich da die Handys draufpacken kann, damit das dann nicht so nass ist. Euch stelle ich dann hierher auf die nasse Bank. Dann werden wir den Bidiza-Raid machen und mal gucken, ob vielleicht ein Shiny dabei ist, wie das aussieht. Pavlo hat gestern Abend schon einen gemacht. War ich im Stream dabei, habe mir das angeguckt. Bin jetzt mega gespannt, was uns gleich erwartet. So, wir müssen jetzt den Raid aufmachen. Ihr seht, es ist wirklich aus dem legendären Raid ein Bidiza rausgekommen. Wir gehen jetzt hier rein bei den ganzen Accounts. Die zwei iPhones muss ich natürlich wieder nehmen. Da muss ich nämlich einladen. Ich habe mir extra wieder Markierungen jetzt hier dran gemacht. Die mit einem Punkt versehen, die ich einladen muss. Kurvi Diva, Aluhut, Fabian Schmidt. Da blicke ich ja gar nicht durch. K-Choker, Bejo. Äh, Bejo. Nehmen wir die mal fix mit. Ich glaube, ich habe die alle auf dem falschen Account markiert. Ja, so sieht es aus. Aluhut. Laten wir auch mal hier ein. Dann habe ich hier also Schenaya. Fabian Schmidt, Kurvi Diva, Mazofix, Trainer der Ups. Und dann müsste das passen. Der Kollege Vorname, Nachname hat sich leider, weiß ich nicht, hat die Freundschaftsanfrage nicht angenommen. Den habe ich zwar geedit, noch vor dem Trainer Sir Ups, aber der hat ihn nicht angenommen. Der steht hier auch nicht mit drin. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Wir gucken mal jetzt, ob die anderen reinkommen. Bierbenny wollte auch noch mitmachen. Ob der es geschafft hat, reinzukommen. Der wollte ja an der Arena stehen. Schenaya sehe ich. K-Choker, Bejo. Die sind also alle drin. Fabian Schmidt, Mazofix. Zwölf Leute schon. Kampfteam ist am Start. Bierbenny, 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 Matsu, Bier, 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 Bierbenny sehe ich momentan noch nicht. Nicht, dass er das verpasst, oder? Den heftigsten Raid in der Raid-Geschichte. Den darfst du nicht verpassen. Den musst du mitnehmen. Jetzt ist noch einer mehr. Er müsste jetzt... Nee, keine Ahnung. Ich blick nicht mehr durch. Und der andere, wie gesagt, hatte gerade nicht angenommen. Den habe ich nicht gesehen bei den Freunden. Vielleicht hat er dann erst gesehen, dass das Bidiza ist. Und hat sich doch nicht getraut. Wir werden ihn jetzt einfach mal hier machen. 14 Leute. Vielleicht hat er Benni auch nochmal in die Gruppe geschrieben, dass er noch 2 Sekunden braucht. Das weiß ich jetzt leider nicht. Ich hatte Probleme hier nämlich, weil kurz vor Ende der Trainer so hat sich noch angemeldet. Da hatte ich den noch suchen musste. Den noch markieren musste. Dann irgendwie auf den Handys das alles durcheinander geworfen hat. Ich weiß nicht, warum das jedes Mal so ist. Du hast ein iPhone. Du machst an 5 Leute einen Punkt dran, sodass du dann beim Einladen nur auf den Punkt drücken musst. Und hast genau diese 5 Leute, die den Punkt im Namen haben. Um die einzuladen auf dem anderen, markierst du auch die Leute. Und dann irgendwie übernimmt das dann aber die Markierungen von dem auf den anderen. Jetzt habe ich kein Internet. Jetzt ist Bidiza auch schon wieder tot. Ihr seht, Bidiza-Rates sind nicht ohne. Die gehen nicht einfach fix von der Hand. Da gibt es immer Probleme. Internet setzt aus, weil es viel zu heftig ist. Viel zu krasses Gameplay am Start. Jetzt sind wir gespannt, ob wir trotzdem einen Shiny dabei haben. Und ob vielleicht der Kollege nach dem Raid angenommen hat. Und wir den jetzt einladen könnten, obwohl er jetzt gar nicht mehr da ist. Ich drücke die hier mal alle durch. Drüben seht ihr noch die Belohnungen. So. Das ist nix. Moment. Gucken wir uns gleich an. Muss ich hier wieder drauf. 401. 384. 384. 388. 393. Also 401 ist auf jeden Fall das Beste, was ich hier sehe. Jetzt können wir uns auch gleich mal die Statistiken angucken, die ja neu sind. Mazofix, letzter Angriff, setzt die letzte Ladeattacke ein. Iva Milz, stylisch. Sieht genauso aus wie alle anderen Iva-Accounts. Die haben alle genau das gleiche T-Shirt und die gleiche Hose an. Sonst nix. Und er ist stylisch. Danke, Niantic. Aluhut hat den meisten Schaden zugefügt. Fabian Schmidt, Reisender aus 541 Kilometer Entfernung. Kurbi Diva Ausdauerspezialist. 23 Sekunden gekämpft. Wir gehen jetzt mal drauf, gucken uns mal an, wie viele Bälle wir haben. 20. Warum nur 20? Die anderen haben alle 22 Bälle. Egal. 20 dürften hoffentlich ausreichen. Ist auch kein Shiny. Hat 398. Also das Zweitbeste, was ich hier sehe. Und jetzt kommt es drauf an. Jetzt geht es um die Wurst. Jetzt geht es ans Fangen. Wir versuchen den mal mit einer gelben Beere zu fangen. Ihr wisst bei Legendären, wie das ist. Ihr stellt den Kreis ein. Ihr werft drauf. Ihr trefft einfach fabelhaft. Und hofft dann irgendwann, dass die vielleicht drinnen bleiben. Und nicht 100 Mal ausbrechen. Der bricht natürlich aus. Nicht einfach fabelhaft getroffen. Ich sollte den Kreis vielleicht etwas größer einstellen. Das war eben kein Können. Das war einfach nur Glück, dass ich da reingetroffen habe. Und er ist drin. So. Problem gelöst. Folge zu Ende. Der heftigste Raid in der Weltgeschichte. Einfach mitgenommen. Jetzt habe ich natürlich schon bei der Forschung wieder ein bisschen was fertig. Ein bisschen was fortgeschritten. Weil ihr ja Pedica fangen müsst. Deswegen habe ich extra im Übergang kein Pedica gefangen. Und das Felino gefangen. Damit die Forschung noch unangetastet ist. Und ich in Ruhe dann die Forschung machen kann. 13, 14, 13. Röhmhild 1. 7. Wart ihr dabei? Habt ihr eine Pedica-Raid heute schon gemacht? Habt ihr einen legendären Pedica-Raid gemacht? Fällt euch der Unterschied auf? Zwischen 1er, 3er und 5er. Der hat auch jetzt hier Kraftkoloss. Das ist vielleicht interessant für den Pedica Cup heute Abend. Muss ich mal gucken. Ich habe ja gefragt, ob wir Pedica-Rades für Zuschauer machen sollen. Was total sinnlos ist. Oder den Pedica Cup streamen. Obwohl ich an der Niete bin bei GBL. Ich werde das hier bestimmt nehmen für den Pedica Cup, weil das Kraftkoloss hat. Wir können auch mal gucken, wie weit das an die 500 rankommt. 498. Das kriegt immer genau 10 dazu. Das ist doch eine schöne Sache. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Schreibt ihr mal rein. Habt ihr schon einen Shiny Pedica? Habt ihr einen Shiny Pedica vielleicht sogar aus einem Raid bekommen? Habt ihr heute einen Raid gemacht mit Pedica? Werdet ihr den Pedica Cup zocken? Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Euer Ramses.